Nachdem wir uns im letzten Video mit der Haftung beschäftigt haben, setzen wir uns in diesem Video mit dem zweiten wichtigen Fall der Berührung starrer Körper auseinander, nämlich der Reibung. Und zwar herrscht das Gesetz der Reibung dann, wenn sich zwei Körper berühren und dabei eine Relativgeschwindigkeit verschieden von 0 in der Berührebene, in der Berührlinie oder im Berührpunkt vorliegt. Als Beispiel betrachten wir wieder den ebenen Quader, der diesmal jedoch nicht auf der Ebene hier ruht, sondern sich mit einer Geschwindigkeit v, die größer ist als 0, nach rechts bewegt. Wieder zeichnen wir zunächst das Freikörperbild des Quaders, an dem die drei äußeren Kräfte F1, F2 und F3 angreifen und zusätzlich die Gewichtskraft des Quaders in seinem Schwerpunkt wirkt. Und wir schauen uns jetzt wieder im Detail an, welche Kontaktkraft in diesem Fall freigelegt wird, wenn dieses Mal sich der Quader mit einer Geschwindigkeit größer als 0 nach rechts bewegt, also in der Berührebene hier zwischen Quader und Ebene eine Relativbewegung auftritt. Wie immer lässt sich die Kontaktkraft in zwei Komponenten zerlegen, nämlich zum einen die Normalkraft, die senkrecht steht auf der Tangente, und zum anderen die Tangentialkraft, die entlang der Tangente wirkt. Wie immer lässt sich die Kontaktkraft als vektorielle Summe aus der Normalkraft und der Tangentialkraft schreiben, beziehungsweise im Freikörperbild durch ein solches Kräfteparallelogramm darstellen. In diesem Kräfteparallelogramm ist wieder zu beachten, dass natürlich entweder nur die Normalkraft und die Tangentialkraft wirken, oder eben die Kontaktkraft, weshalb die Kontaktkraft jetzt hier gestrichelt dargestellt ist. Wie wir schon im ersten Video dieses Kapitels gesehen hatten, ist die Tangentialkraft im Falle von einer von 0 verschiedenen Relativgeschwindigkeit gegeben als eine Reibkraft, und deswegen wird sie auch mit R benannt. Bis jetzt sieht das Ganze fast identisch aus zum Fall der Haftung, aber es gibt einen gewichtigen Unterschied. Und zwar handelt es sich bei der Reibkraft nicht um eine Zwangskraft, so wie die Haftkraft, sondern um eine eingeprägte Kraft. Daher sind also Betrag und Richtungssinn der Reibkraft fest vorgegeben. Und zwar ist der Richtungssinn der Reibkraft immer entgegen der Bewegungsrichtung. Also in diesem Fall, in dem sich der Klotz hier nach rechts bewegt, ist der Richtungssinn der Reibkraft hier nach links vorgegeben. Mit anderen Worten, im Freikörperbild kann die Reibkraft nicht mit beliebigen Richtungssinn angezeichnet werden, sondern sie muss nach links angezeichnet werden, anders als die Haftkraft, die mit beliebigen Richtungssinn angezeichnet werden darf. Des Weiteren ist der Betrag der Reibkraft R fest vorgegeben, und zwar als ein Proportionalitätsfaktor µ mal den Betrag der Normalkraft, wobei dieser Faktor µ auch als Reibkoeffizient bezeichnet wird. Diese Beziehung, die hier gelb eingerahmt ist, werden wir auch als Reibgesetz bezeichnen. Der Reibkoeffizient µ hängt wie der Haftkoeffizient µ0 von der Materialpaarung und der Oberflächenbeschaffenheit wie der Rauigkeit zum Beispiel ab. Trotz der auf den ersten Blick starken Ähnlichkeit zum Haftgesetz ist es wichtig, hier noch einmal die Unterschiede zu betonen. Und diese Unterschiede rühren daher, dass die Reibkraft eben eine eingeprägte Kraft und keine Zwangskraft ist. Dementsprechend ist diese Bedingung hier auch eine Istgleichbedingung und nicht, wie bei der Haftung, eine kleiner Gleichbedingung. Der Betrag der Reibkraft ist demnach durch µ mal den Betrag der Normalkraft fest vorgegeben und außerdem ist der Richtungssinn der Reibkraft, nämlich entgegengesetzt der Bewegungsrichtung, fest vorgegeben, im Gegensatz zur Haftkraft. Entsprechend kann man sich auch mal überlegen, dass die Definition eines Reibkegels in Analogie zum Haftkegel keinen Sinn machen würde, da sich im Fall der Reibung die Kontaktkraft nicht innerhalb eines Kegels bewegen kann, sondern das Verhältnis zwischen Reibkraft und Normalkraft fest vorgegeben ist. Zum Schluss des Videos definieren wir noch die sogenannte coulombsche Reibung, die auch Trockenreibung genannt wird. Und zwar handelt es sich dabei um die Kombination aus Haftung und Reibung, wie wir sie gerade kennengelernt haben. Der Haftkoeffizient ist dabei im Allgemeinen strikt größer als der Reibkoeffizient, also µ0 ist strikt größer als µ. Das coulombsche Reibgesetz lässt sich sehr übersichtlich in einem Diagramm darstellen, in dem wir die Tangenzahlkraft oder vielmehr die mögliche Tangenzahlkraft über die Relativgeschwindigkeit in der Berührebene darstellen. Und zwar sieht die Darstellung so aus, dass wenn die Relativgeschwindigkeit gleich 0 ist, also auf dieser Achse hier, wir uns im Fall der Haftung bewegen und dementsprechend kann die Tangenzahlkraft irgendeinen Wert zwischen µ-µ0 mal n und µ0 mal n annehmen, irgendeinen beliebigen Wert dazwischen. Für alle Relativgeschwindigkeiten, die ungleich 0 sind, bewegen wir uns im Fall der Reibung. Falls die Relativgeschwindigkeit größer 0 ist, bewegen wir uns auf diesem Ast hier, an dem die Tangenzahlkraft konstant und fest vorgegeben ist durch den Wert µ mal n und im Fall einer negativen Relativgeschwindigkeit ist wiederum die Tangenzahlkraft konstant und fest vorgegeben durch den Wert µ mal n. Und dann, wenn wir uns im Fall der Reibung haben, Untertitelung des ZDF, 2020